Äh? Ja! Ja, genau! Fall einfach ins Leere da! Junge! Moin moin und hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge! Escape the System! Construct, meine ich, natürlich! Und wir waren gerade dabei, die Maschinenkugel da einzusetzen. Wupp! Zack! Ja, das hab ich mir schon irgendwie gedacht. Okay, da bewegen sich die Klötze irgendwie. Also es heißt, das Ding wurde jetzt freigegeben quasi. Äh, komm, geh da durch! Aber, ja, gut. Man hätte auch drauf kommen können, dass die Maschinenkugel in diesem hell hervorgehobenen Bereich da ist. Äh, wo geht's hier denn? Da geht's raus. Boah. Äh, äh. Nein! Nein! Nein, ich bin auch doof! Bin doch noch in dieser Innenhülle da. Da hinten muss ich hin. Woop! 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 Boah! Ich hoffe, da draußen ist noch Schwerelosigkeit. Weil ansonsten wäre das ziemlich doof. Ja, aber wie gesagt, äh... Ja, ich dachte... Vor allen Dingen, als ich da das erste Mal längst flog, dachte ich auch so, ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Dreh Chinesen mit dem Kind, Rebis. Okay, gut. Da kam ich her. Da muss ich hin. Ah, ich stehe auf dem Kopf. Wer hätte das gedacht? Hab' ich gar nicht gemerkt. Ja, das Ding ist quasi aufgegangen. Und da ist der Systemkern. Den müssen wir uns holen. Und dann, äh... Ja... Gucken wir mal, ob wir zurückkommen. Denn wenn hier keine Gravitation ist... Oh nein, was kriegen wir da? Was ist das? Eine Teleportkugel! Ah, echt jetzt. Und... Äh... Hallo? Ah! Ja, entkomme. Ich kann mich da hinziehen und bin dann schneller. Boah, 42 Sekunden? Wir müssen nur dieses komische Ding da finden. Toll, wo ist'n das? Da hinten ist es. Na? Lass dich ranziehen! Komm schon! Yes! 13 Sekunden! Alter! Beeil dich! Schneller! Wo ziehst du mich hin? Da! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Und Headboard! Haha! Yes! Ding! Das war der Systemkern! Ah, Teleportkugel! Endlich wieder Schwerkraft! Juhu! Ähm... Endlich wieder Schwerkraft! Juhu! Yay! Lalalalalala! Wupp! Wupp! Äh... Huh? Ach ja, ich vergesse die ganze Zeit. Da, wo ich hinklicke, ist ja die Schwerkraft. Ich denke immer, ich zieh mich da hin. Äh... 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 Ja. Ja, genau. Fall einfach ins... ins... ins Leere da! Junge. Äh... 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 So, okay. Äh... Äh... Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? War's das? Oder gab's hier noch irgendwo was anderes? Bevor ich jetzt quasi hier sage, joa, ich geb auf und so. Also hier drin war was. Ja, du kannst mich mal Schwerkraft. Ich sag, wo es lang geht. So im Sinne von, oh, guck mal, hier kann man runterfallen. Aber nein, ich fall doch nicht. Da hinten würde ich gern hin. Bäh. Da geht's wirklich irgendwo. Also da ist der echte Boden. Da war das Häuschen. Da waren die Dinger. Da war das. Gibt's jetzt eigentlich noch eine Kugel hier, oder? War's das? Wupp! Ah, ich will da drauf. Äh, hallo? Könnte ich mal landen? Ja, geht doch. Wupp! Jetzt sind wir wieder hier. Da unten ist der Start. Aber gab's hier sonst noch irgendwas? Hä, der Baum wächst irgendwie in die falsche Richtung. Könnte das sein? Nee, gab's... Hier gab's sonst nichts, oder? Bloß nicht da runterfallen. Gab's hier echt nur eine Sache? Nur die drei? Da? Da muss ich hin. Upp! Wupp! Wäh! Wapp! Und... Wäh! Genau. Zum B-Hub. Das hier war jetzt B3-Systemkernzugang. Ah, komm her! Ach ja, hier waren wir ja. Wupp! Boah, dann hat hier die Äste auch überall wachsen. Da muss echt mal ein Gärtner ran. Leute, habt ihr euch das schon mal überlegt? Was hier passiert, wenn hier kein Gärtner dran ist? Hupp! So. Ich hoffe, das ist der Weg nach draußen. Ja? Nein. Nicht der Weg nach draußen. Ähm. Ich glaube, hier war der Weg nach draußen, oder? Äh! 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 Bin ich überhaupt richtig? Hier sind keine Bäume mehr, also. Bunny Hopping! Ja, hier ist der Weg nach draußen. Ähm. Wupp! So. Okay, gut. Da ist noch eine Kugel. Ah! Ah! Ist das die, wo wir noch nicht hingekommen sind? Nein! Nein! Ich kann mich nirgendwo hinzoomen. Ah! Knacks! Beide Beine gebrochen. Das wäre doof. Oder war ich... Nee, hier war ich noch nicht, oder? Wupp! Wupp! Und dann, äh, was war das? Einmal fallen lassen auf das Ding? Ja! Da kommen wir hin! Haha! Wuhu! Äh! Nein! Nein! Ich möchte in die Richtung fallen. In die Richtung! In die Richtung! Ja, genau. In die Richtung wollte ich fallen. Äh! Halt! In die Richtung! Und... Und... Hep-Bot! Irgendwo fliegt hier eine Fliege rum? B4-Systemkernzugang! Ha! Wer hätte es gedacht? Oh Gott! Das wird... Ehrlich? Was soll das? Was? Ah! Wenn B-Hub schon so scheiße ist! Wie ist denn bitte C und D-Hub? Weil guckt euch an! Wir haben 11 von 16 Kugeln! Uns fehlen nur noch 5 Stück! Dann ist das Spiel durch! Oh, was ist das denn hier alles? Oh, nein! Maschinenkugeln! Wupp! Gucken wir mal! Ob wir von da aus dann... Och, nein! Guckt euch das doch mal an! Ehrlich jetzt? Äh! Krummel, 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 beschwer! Mecker, mecker, mecker! Boing! Nein! Das war viel zu früh! Nein! 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 So knapp! Ah, Menno! Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen! Weil ich zu früh gedrückt habe! Muss ich dann von einem zum anderen Ding hüpfen? Also quasi von oben nach da oder was? Weil ich komme relativ weit mit diesen Jumps und so, aber guckt euch doch mal an, wie gewaltig und riesig... Oh nein! Oh nein! Da ist noch so ein Jump-Ding wahrscheinlich! Guckt euch doch mal an, wie gewaltig und riesig diese Levels sind! Dotz! Dotz! Da komme ich hier hin! Okay! Gut! Das heißt, ich komme aber wahrscheinlich nicht da nach oben! Zwei! Drei! Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Nein! Komme ich nicht! Aber ich komme wahrscheinlich rum! Soll heißen, wenn ich... Eins... Zwei... Waaah! Haha! Ja! Wupp! Okay, da oben ist noch einer und da oben muss ich rauf? Ist die Frage, teleportiert der mich da hinten hin oder wohin bringt der mich? Oh! Okay! Boing! Voll in die Fresse! Waa! Nein! Nein, 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 nein! Komm her! Ah! Da kommen wir wieder zurück! Headbutt! Uh! 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 Eine Runde rückwärts! Eine Runde rückwärts! Uh! Hehehe! Nein, sorry! Habe ich übrigens vergessen! Construct! Escape the System! So! Den hätten wir! Das heißt, jetzt müssen wir mal mit dem da... Wuhuuu! Huhu! Oh Gott! Was ist das denn? Ach nein! Was ist denn... Nein! Nein, nein! Jump Run! Die Jump Runs doch hasse! Ach, Menno! Oh! Hehehe! Naja, zum Glück werdet ihr das nicht mehr sehen, denn diese Folge ist gleich zu Ende! Das heißt, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr wissen wollt, wann Videos kommen... Die kommen übrigens immer 15.30 Uhr... Äh, nein! Dann versucht doch einfach mal, äh, mich zu abonnieren! Und wenn ihr mich abonniert habt, dann bitte seid so lieb und drückt die Glocke! Während ich hier total verzweifelt versuche, irgendwo drauf zu landen! So! Und wenn ihr die Glocke gedrückt habt, dann dürft ihr auch gerne dieses Video liken, wenn ihr es mögt! Hepp! So! Okay! Da hinten sind noch mehr Klötze, aber die Frage ist... Oh Gott! Ja... Ja, da sind noch mehr... Hehehe! Nein! Nein, nein! Hehehe! Wie dem auch sei! Ich sage tschüss! 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 Tschüss!